Hallo und herzlich willkommen in der Winterwald-Edition von Gefahr im Wald. Ja, leider mit ein paar vielen Flugzeugen mal wieder und es wird auch bald dunkel. Das ist ausnahmsweise mal nicht schlechte Planung meinerseits, sondern mal gewollt. Ich möchte nämlich gerne dann eben auch im dunklen Wald noch ein paar Sachen zeigen zum Thema Gefahr im Wald. Und herzlich willkommen zum Adventskalender. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an meine Videoserie, relativ kurze Videos, Gefahr im Wald, wo wir dann halt eben so die typischsten und die lustigsten Beides Gefahren, die im Walde so passieren können, beziehungsweise im Walde so lauern, besprechen. Und ich dachte mir, das wäre doch jetzt ein schönes Thema, wo wir jetzt gerade hier Winter haben, offensichtlich mal ein bisschen auf die speziellen Gefahren, die bei Schneedecke zu erwarten sind, eingehen. So, und Gefahr Nummer 1 und durchaus auch sehr relevant statistisch gesehen ist Schneebruch. Moment, ich komme näher. Gar nicht so einfach. So, Schneebruch würde heißen, simulieren wir das mal an diesem Zweig. Ja, ich befinde mich jetzt unter einem Zweig. So, und jetzt ist der Zweig schwer, weil zu viel Schnee drauf liegt und der Zweig kracht ab. Und im besten Fall wird man dann weiß. Ja, ist völlig bescheuerte Demonstration, aber im schlimmsten Fall wird man dann nicht weiß, sondern kriegt halt eben einen sehr schweren, weil halt eben noch so viel Eis und Schnee drauf hängt, Ast auf dem Kopf. Und da gibt es jetzt durchaus Faktoren, die man da wissen kann oder wissen sollte. Schneebruch ist dahingehend ein Thema. Je weniger häufig Schnee in einer Landschaft auftaucht, desto gefährlicher ist er, wenn er dann mal da ist. Das ist also das erste, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir jetzt mal rein theoretisch einfach uns mal ein bisschen Gedanken machen wollen, wo haben wir denn ein hohes Schneebruchrisiko. Denn Wälder, die ständig Nassschnee-Erlebnisse haben, bei denen klebt dauernd nasser Schnee am Zweig. Und dann sind die labilen Zweige, also die, die halt sowieso schon ein bisschen instabil sind, die vielleicht schon abgetrocknet, also durchgetrocknet sind und ohnehin nur noch als toter Ast am Baum hängen. Dazu folgt ein kleiner Exkurs. Nadelbäume werfen ja ihre Äste nicht aktiv ab. Die bleiben so lange am Baum hängen, bis sie halt von irgendeiner Kraft abgebrochen werden. Vom vorbeilaufenden Brennholz-Sammler, vom Förster, der Bäume ohne Äste haben möchte, der sägt sie allerdings ab, der bricht nicht, vom Wind theoretisch, von irgendwann der Schwerkraft, wenn sie so durchgefault sind, und das dann halt wirklich die Schwerkraft zuschlägt und sie davon abbrechen. Aber eben ganz, ganz oft, gerade wenn dann noch ein bisschen feines Geäst dranhängt an unseren Zweigen, die hier leben ja noch alle, die wir hier im Hintergrund sehen können, die sind ja noch grün. Aber auch ein grüner kann runterkommen. Aber am gefährlichsten sind die frisch Abgestorbenen, die zum Beispiel noch braune Nadeln dranhängen haben. Braune Nadeln sind jetzt nicht gerade dafür geeignet, um damit besonders gut Photosynthese machen zu können, Was aber hingegen eben geht, das ist, dass der Ast noch eine Menge Schnee aufnehmen kann und festheben kann. Und dann kommt der als allererstes am ehesten runter. Zumal es wahrscheinlich auch das erste Jahr ist, dass so ein brauner Ast, also mitten, hatern, aber braun, jetzt so ein größeres Schneeereignis abbekommt. Weil so lange hängt der da noch nicht im braun benadelten Zustand. Wäre der schon zwei, drei Jahre in dieser Form am Baum, dann würden da keine braunen Nadeln mehr dranhängen. So, und das ist gerade insbesondere aktuell durchaus ein Thema, da wir zurzeit ja sehr viele Äste mit brauner Benadelung im Walde haben, durch die ganzen toten Bäume, toten Nadelbäume, vorzugsweise Fichten, Brockenkäfer bedingt. Und wenn jetzt ein Winter mit viel Schnee kommt oder schon da ist, je nachdem in welcher Region man sich befindet, dann sind da eben jede Menge neue, schneebruchgefährdete Äste gegeben. Tatsächlich ist ein Schneebruch dann gar nicht so ein Thema, wenn wir es mit Wäldern zu tun haben, in denen ständig Schnee liegt, zum Beispiel Hochlage Alpen oder irgendwie sowas. Da kriegt ein Nadelbaum jedes Jahr nassen Schnee ab. Und da lohnt es sich überhaupt nicht für den Baum, überhaupt irgendwelche Äste zu haben, die was anderes als sehr stabil sind, beziehungsweise wenn es mal einen Es gibt, der nicht sehr stabil ist, dann ist der auch sehr schnell weg. Aber so grob kann man sagen, Wälder, die auf einen krassen Winter gar nicht vorbereitet sind, wo es üblicherweise keinen krassen Winter gibt, da ist das Schneebruchrisiko tendenziell fast noch am höchsten. Was machen denn Wälder, die dagegen angepasst sind? Naja, die Bergfichte, die Fichte ist ja eigentlich ein Gebirgsbaum, das darf man ja nie vergessen. Man kann nicht müde werden, das jedes Mal wieder zu erwähnen. Die richtig am Berg wachsende Fichte, die so ab 1000 Meter in Deutschland losgeht, im Harz schon ab 800 Metern. Aber sonst so ab 1000 ungefähr. Da kann man davon ausgehen, dass die sich dann gegen solche Wetterphänomene eben dahingehend angepasst hat, dass sie eine schmale Krone nur ausbildet. Also die Fichten, die wir hier hinten sehen, wir sind hier noch ein Stückchen zu niedrig, ich glaube auf 900 oder sowas dümpel ich hier rum, die haben also noch nicht so richtig diese Anpassung. Und nebenher eine schmale Krone, ja kurze Äste in Anführungszeichen, also wenn der Ast so lang wäre und jetzt liegt da vollständig Schnee drauf, dann ist das natürlich eine entsprechend lange, von meinen Händen ausgesehene, lange Hebelwirkung bis zu meiner Schulter. Und dann bricht sowas relativ schnell runter. Wenn du aber nur so kurze Ästchen hast und da liegt viel Schnee drauf, dann gibt das ein bisschen nach, aber wegbrechen tut da nichts. Das ist so die einfache Veranschaulichung dazwischen. Und drum sind Hochlagenwälder eben da angepasst. Das hilft auch gegen Sturm. Wenn du da solche Ärmchen hast, dann werden die auch nicht so schnell vom Sturm abgerissen. Und ja, das sind eben diese Anpassungen hier, die wir hier wie gesagt eben noch nicht haben. Das sind hier noch ganz normale Fichtenbaumkronen. Jetzt muss ich nochmal näher kommen, damit wir mal in die Baumkronen gucken können. Tada! Ja, also da sieht man jetzt keine besonderen Anpassungen an Schneebruch. Der taucht hier halt eben nicht so regelmäßig auf, dass sich die Bäume schon anpassen. Also der Wald da hinten, abgesehen davon, dass jetzt kein Schnee mehr in den Baumkronen hängt, der ist schon längst daraus getaut. Wir haben noch jede Menge Schnee am Boden, der haltet sich auch im längsten. Aber in den Baumkronen ist schon alles in Ordnung. Drum hier geht es akut kein Schneebruch, aber das ist durchaus eine Gefahr, die im Winter eine Rolle spielt. So. Ja, worauf ich hinaus möchte, ist Tiefschnee. Okay, jetzt ist Tiefschnee in dem Sinne nicht gefährlich, dass man da reintritt und dann hat man sofort einen Unfall. Das kann natürlich theoretisch auch passieren, würde ich aber als eher unwahrscheinlich ansehen. Sondern das Zeug wird dann gefährlich, wenn man ihn unterschätzt. Und gerade wenn man eine Wanderung im Winterwald plant und nicht genau weiß, wie der Zustand der Wege denn da so sein wird und was häufig vorkommt, wenn man irgendwo unten im Tal wohnt und dann mal ausnahmsweise in die Berge hochfährt, so wie ich jetzt gerade, dann ist man möglicherweise überrascht, wie viel Schnee doch bei unten alles bestenfalls feucht, Schnee, keine Spur zu sehen und hier oben so viel sagt man schon locker ein. Und das auf dem Weg, wohlgemerkt. Neben dem Weg sieht das nochmal ganz, ganz anders aus. Auf der normalen Vorstraße ist das hier, wo ich hier rumstapfe. Und das unterschätzt man ganz, ganz schnell. Und das ist tatsächlich, wenn man Leute von der Bergwacht fragt und auch die Feuerwehr fragt oder sonstige Rettungsdienste, die gar nicht so unbedingt was mit Bergwacht zu tun haben. Wenn mal jemand anruft aus dem Wald und da gerne draus gerettet werden möchte, dann ist das nicht selten tatsächlich deswegen, weil jemand gemeint hat, er macht einen Winterspaziergang und ist ja wunderschön und macht total Spaß. Beide stimmt ja auch. Aber man überschätzt ganz schnell oder unterschätzt ganz schnell den Faktor, den dieses ständige Storchenschritt laufen und dieses Einsinken bei jedem Schritt im Schnee, was das für ein Kraftverlust ist. Das wird nämlich ganz schnell verdammt anstrengend. Und wenn man dann zwar Kondition hat, um problemlos 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilometer auf normalen Waldwegen, auch wenn es einen Berg hoch geht, hier im Schwarzwald rum zu marschieren, ich bin jetzt nicht weit weg vom Westweg, nur zur Einordnung, da ist das wirklich eigentlich im ersten Moment, 10 Kilometer schaffe ich locker. Und da stehen ja auch immer noch, jetzt auch im Winter, auf dem Wegweiser immer noch 10 Kilometer. Und man denkt sich, aber es ist ein 10 Kilometer, das mache ich ja in anderthalb Stunden locker und dann gehe ich noch mal anderthalb Stunden zurück und dann ist gut. Da wird es noch nicht mal dunkel. So die Theorie. Aber wenn man dann eben nicht den Faktor Einsinken im Schnee mit einbezieht und gar nicht weiß, als Flachlandbewohner, ob die Wege denn geräumt sind und automatisch davon ausgeht, dann kann man eben ganz schnell im Winter den Fehler machen, dass man sich da überschätzt, dass man den Weg ja überschätzt sozusagen, er ist nämlich schlechter als erwartet, die Kräfte überschätzt, die nicht ganz so groß sind, wie erwartet und man unterschätzt einfach diesen zusätzlichen Ermüdungsfaktor, den das Gestapfe im Tiefschnee mit sich bringt. Das hat natürlich alles den Vorteil, dass einem so schnell nicht kalt wird, solange man da dann noch unterwegs ist. Aber ist man in sowas unterwegs, kann es einem halt wirklich passieren und das kommt auch statistisch gesehen durchaus sehr, sehr häufig vor, verglichen mit anderen Unfällen oder Notsituationen im Wald, ist das eine der wirklich, wirklich häufigen, dass sich eben Wanderer schlicht und ergreifend, ja, nicht, die sind nicht von so viel Schnee ausgegangen, wie dann letztendlich tatsächlich da war, ja. Grob kann man sagen, dass jetzt Schnee auf Einsinken bis über den Knöchel, ja, das braucht in etwa 30 bis 40 Prozent mehr Kraft, beim Gehen langfristig, als wenn gar kein Schnee wäre. Dann kann es noch viel schlimmer, ist der Effekt von solchem Schnee, wenn wir nicht nur eine hohe Schneedecke haben, sondern es gab zwischendurch des Nächten mal ein wenig Frost, ja. Und jetzt kommt es ganz schwer darauf an. Wenn man morgens unterwegs ist und es gab in der Nacht Frost und man selber ist ein Mensch mit großen Füßen und geringem Gewicht, im Idealfall, ja, dann läuft man noch auf der gefrorenen Schicht auf der Schneedecke rum und wunderbar und man sackt nicht ein und alles ist prima, ja. Ist man hingegen ein Mensch mit großen Füßen, aber auch großem Gewicht, dann könnte es einem passieren, dass man da immer noch drauf laufen kann, aber spätestens zur Mittagszeit, wenn der Schnee dann leicht antaut und diese gefrorene Schicht obendrauf gar nicht mehr so dick ist, dann sind die miesesten Bedingungen zum Vorwärtskommen und ab Mittags geht das los, viel eher hat man das nachmittags und da ist es am gefährlichsten, weil aus Nachmittag wird dann ganz schnell früher Abend und dann haben wir weiches Problem, ja, es wird dunkel, so wie hier jetzt auch langsam, aber das ist ja gewollt, wie gesagt. Ich möchte ja gern, dass es dann nachher noch ein bisschen düster wird. Ja, und besonders fies ist dann gerade eben eine gefrorene Schicht auf dem Schnee, die einen noch so weit trägt, ja, dass man einen Schritt macht und sich da oben drauf stellt, ja, und dann quasi erst hoch geht, weil man aus dem Loch, in dem man vorher stand, macht man jetzt einen Schritt, es ist wie, als würde man eine Treppenstufe hochsteigen, ja, du kommst hoch, kommst oben an, verlagerst dein ganzes Gewicht auf das eine Bein und wusch, sackst wieder nach unten. Ich kann das jetzt nur vormachen, nur ein bisschen simulieren, weil ich habe hier keine Eisschicht auf dem Schnee, die mich nicht trägt. Aber ich selber war mal, kann ich eine kleine Anekdote erzählen, tatsächlich das eine Mal, dass ich wirklich mal eine Notsituation, eine echte, gehabt habe im Winter, bei einer Winterwanderung, weil ich eben auch den Zustand der Wege besser eingeschätzt hatte, als er letztendlich war und meine Kräfte größer eingeschätzt hatte, als sie letztendlich waren, obwohl ich damals gerade relativ fit war. Und dann konnte ich, sollte eine Hütte kommen, die kam aber nicht und die kam immer noch nicht und die kamen immer und immer und immer noch nicht. Und der Weg war wirklich so, dass ich halt jedes Mal wirklich aus dem Schnee raus, wie eine Treppenstufe hochgestiegen, so locker 30 Zentimeter, locker. Und dann jedes Mal wieder, wusch, runtergesackt, wieder 30 Zentimeter in den Keller. Dann wieder hoch, hochstürzen, ja, hochstemmen, aus dem Schnee raus, mit der Kraft eines Beins und wusch, wieder runter, sobald alles Gewicht auf dem einen Bein drauf ist. Und man muss ja irgendwann mal zwischendurch, wenn man einen Schritt macht, das Gewicht auf ein Bein verlagern, damit das andere Bein einen Schritt machen kann, ja, logischerweise. Und das ist so kraftraubend. Da kommst du derart nicht vorwärts, es gibt Gründe, warum es Schneeschuhe gibt, ja, aber wenn man keine hat, weil man damit nicht rechnet, weil man von geräumten Wegen ausgeht oder von wenig Schnee ausgeht, dann kann das tatsächlich, und ich spreche da wie gesagt aus Erfahrung dazu führen, dass man einen Notbiwak machen muss im Winter bei Schnee. So, das war bei mir jetzt dahingehend nicht so schlimm, weil ich eben sowieso draußen pennen wollte und hatte dementsprechende Übernachtungsausrüstung dabei. Das war also nur außerplanmäßige, super ungemütliche Übernachtung, aber ging, ja, konnte ich machen. Nur, ja, tatsächlich eben unter den Bedingungen, dass ich dann wirklich völlig fertig war und hätte ich keine Übernachtungsausrüstung dabei gehabt, ich wäre da nicht mehr weggekommen. Das muss man sich auch klar machen. Man ist dann irgendwann so alle, was die Kraft angeht, man kommt da nicht mehr weg. Und dann kann man natürlich theoretisch immer noch einen Notruf absetzen, aber das ist auch gar nicht so einfach, weil durch so einen Schnee kommt gegebenenfalls auch ein Rettungsfahrzeug erstmal nicht durch und je nachdem, wo man ist, wenn man gar nicht auf einer Vorstraße oder an einer Vorstraße sich befindet, sondern irgendwo da drüben mitten im Wald, dann ist das echt ein Thema. Ja, drum, Ende, beziehungsweise Moral von der Geschichte, tatsächlich die Kräfte bei Schnee nicht überschätzen und nie übertreiben und da sonst was ich was zusammenlaufen wollen, nur weil es halt schön ist und lustig, im Schnee unterwegs zu sein. Genau. Ja. Zweite große Gefahr im winterlichen Wald. Das ist alles trivial, ich weiß, aber vielleicht hat man ja trotzdem noch nicht ganz drüber nachgedacht und gerade die trivialen Sachen, wo man normalerweise denken würde, ach komm bitte, das weiß doch jeder. Ja, aber man denkt oft nicht dran. Und dann ist es vielleicht doch ganz hilfreich, vielleicht, und wenn nicht, dann habt ihr jetzt Lebenszeit verschwendet, dass da so ein Typ mit Mäntelchen im Walde das mal kurz eben irgendwo erwähnt hat und man hat es doch im Hinterkopf, wenn man anfängt, die ersten 150 Meter durch sowas durchgestapft zu sein, zu überlegen, dass man vielleicht 10 Kilometer auf so einem Weg nicht schafft. Ja, ein Kilometer zieht sich unglaublich in die Länge. Ein Kilometer ist für jemanden mit normaler Sportlichkeit auch schon das Höchste der Gefühle, was du dann bei noch einer festgefrorenen Schneeschicht, also einer Eisschicht obendrauf, da schaffst du wirklich viel mehr als einen Kilometer schaffst du da nicht. Dann bist du fertig mit der Welt. Außer du bist jetzt Iron Man, also Marathon, Schwimmen, Radfahrer, Iron Man, so einer. So, und das bringt uns dann nämlich zum dritten Punkt. Wenn wir jetzt nämlich eben entsprechend feststellen, dass wir nicht mehr weiter können, dass uns wirklich die Kraft ausgeht und wir auch ein großes Verletzungsrisiko jetzt haben, weil wir nur noch unsichere Schritte machen, und vielleicht ist irgendwo auch noch rutschig, wir müssten irgendwo runtersteigen, wo der Boden unsicher ist und so weiter und es wird dunkel. Und wir haben keine Taschenlampe dabei und jetzt können wir auch kein Feuer machen, weil wir zum Beispiel gar nicht wissen, wie man jetzt ein Feuer macht bei Winter oder wir haben es versucht und kriegen keins an oder wir haben keinerlei Streichholz, Feierstil, Feuerzeug etc. pp und Feuer bohren bei Schneedecke. Ja, vielleicht gibt es fünf Leute auf dem Planeten, die das können, aber wahrscheinlich geneigter Zuschauer nicht, ich auch nicht. So, und jetzt ist so die erste Maßnahme, die man auf jeden Fall mal machen kann, während man noch überlegt, was ist denn jetzt zu tun? Scheiße, jetzt stehe ich hier mitten im Nirgendwo und möglicherweise ist es eben schon total duster. Man baut sich erst mal eine kleine Kuhle und das macht man, indem man ja im Grunde genau diesen hier auf und ab laufen und sich mal eine Kuhle aus getrampeltem Schnee errichten. Das hat einfach und schlicht und ergreifend erst mal den Grund, dass man sonst, wenn man immer im Tiefschnee steht, ja mit den Füßen, dann ist irgendwann jeder Stiefel nass beziehungsweise der bleibt auch nass, mindestens das Außenmaterial, selbst wenn er sonst wasserdicht ist und das nasse Material, das leitet wunderbar die Feuchtigkeit, also durch die Feuchtigkeit leitet das dann wunderbar die Körperwärme vom Fuß ab. Und auch wenn man unter normalen Bedingungen, als normaler gesunder Mensch, wahrscheinlich eine Nacht im Winter bei ein paar Grad Minus, also jetzt gehen wir mal von aus, wir hätten so 5 bis 10 Grad Minus, so kalt ist es momentan gerade gar nicht, aber könnte in der Nacht, ein paar Grad Minus gibt es da, auf jeden Fall. Nochmal, wir sind ja auf 900 Metern. Und dann ist es hilfreich, wenn man sich wirklich hier sowas da austrampelt, weil, das kann man durchaus noch ein bisschen größer machen, weil man hat wenigstens eine Chance, dass man seine Schuhe ein bisschen frei von Schnee bekommt und dann auch halbwegs trocken bekommt. Und man hat halt nicht durch die eigene Körperwärme im tiefen Schnee stehend dauernd die Tatsache, dass man halt dann eben durch seine eigene Körperwärme im Schnee schwillzt, der dann wiederum die Schuhe nass macht und so weiter. Also ich sage euch, wenn ihr lange Zeit im Schnee steht und das noch nicht gemacht habt, dann erstens mal ausprobieren und zweitens, dann ist so eine Plattform in Anführungszeichen wirklich, wirklich hilfreich. Und auch die Nacht, die ich mal bivakieren musste eben, unplanmäßig, im Schnee, das Erste, was ich auch gemacht habe mit den letzten Kräften, die ich noch hatte, war, ich habe mir hier halt wirklich so ein großes Bett in Anführungszeichen in den Schnee gestampft. Der war da noch erheblich tiefer als jetzt und zwar so groß, dass ich mich da dann auch hinlegen konnte. Ich habe dann gar nicht großen Tarp aufgebaut, sondern habe einfach Isomatte hier jetzt auf den Schnee und obendrauf mich und ein Schlafsack und habe mich da halt hingelegt und versucht, so gut es geht, die Nacht zu überstehen. Hat bei tiefem Schnee jetzt übrigens auch noch den Vorteil, dass man automatisch nur noch einen Rand bekommt und dieser Rand automatisch einen gewissen Schutz vor Wind bietet. Oder wenn dann auf jeden Fall noch mal ein größeres Windchen daherkommt. Hat aber auch den Nachteil, das muss man auch fairerweise sagen, die kalte Luft, die sich auf dem Schnee bildet. Die bildet sich hier auf dem Schnee, auf Bodenhöhe sozusagen und der Boden ist eben nach oben gehoben, dadurch der Schnee drauf liegt und die fließt dann runter. Und runter heißt, die fließt auch in unsere Kuhle und sammelt sich in unserer Kuhle. Das klingt jetzt völlig harmlos, weil unsere Kuhle hier ist 30 Zentimeter tief, wenn es hochkommt. Ist es aber nicht. Ist wirklich nicht harmlos. In unserer Kuhle haben wir also eine niedrigere Bodentemperatur, als wir das zum Beispiel direkt auf dem Schnee hätten. Aber direkt auf dem Schnee können wir sowieso nicht stehen oder sitzen oder liegen. Daher ist das eh keine Option. Ja, aber das muss einem klar sein. Nehmen wir uns jetzt mal an, das ist nämlich das nächste Problem. Ja, man muss jetzt irgendwie die Nacht überstehen, will aus Orientierungsgründen nicht weg, kann aus irgendwelchen Gründen übrigens auch keinen Notruf absetzen. Und wenn das geht, dann können wir uns das Ganze überlegen. Sparen ist ja klar, dann macht man das und dann wird man rausgeholt und dann ist gut. Klar, gar kein Thema. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. Und hat man jetzt gar keine Unterlage, wo man sich draufsetzen kann, ist das ein Thema. Weil dann müsste man die ganze Zeit stehen. Und vor allen Dingen wird es dann irgendwann wahrscheinlich auch so kalt und wir sind wahrscheinlich nicht so warm angezogen, dass wir die ganze Zeit einfach so im Winter im Walde rumstehen können und dass wir frieren. Und drum ist es dann auch gut, nochmal diese Kuhle hier zu haben, weil da kann man relativ unproblematisch und ohne Verletzungsrisiko mit einem gewissen Energieumsatz, der uns warm hält, aber dann doch auch nicht wieder mit so viel Energieumsatz, dass wir das Ganze nur zwei Stunden machen können, danach umfallen, kann man sich hier noch bewegen. Und wenn das nur so minimale Bewegung ist, zur Not, müsstest du das jetzt die ganze Nacht, natürlich noch ein bisschen größeres Feld im Idealfall, die ganze Nacht diesen hier machen. Das reicht aus, dass man nicht erfriert, das ist nicht lustig und das macht keinen Spaß, aber irgendwann wird es wieder hell und dann ist es auch gut. So, das wäre jetzt allerdings die, ich sag mal, wenn nichts anderes mehr geht, Lösung. Wenn aus irgendwelchen Gründen nichts anderes mehr möglich ist, als bestenfalls eben so eine Schneekuhle und rumlaufen, bewegen, um die Körpertemperatur nicht auf gefährliches Niveau absinken zu lassen. Hat man noch ein paar Optionen, kann sich noch ein bisschen in der näheren Umgebung bewegen, hat vielleicht sogar noch ein bisschen Werkzeug dabei und wenn es nur ein Taschenmesser ist, dann kann man sich zumindest hier noch was zum Sitzen bauen. Ich demonstriere das mal. So, das Schöne ist, in den Teilen Deutschlands, die nennenswert Schnee haben, haben wir auch fast immer Nadelwälder. Und das heißt, man findet im Idealfall einen ungestürzten Baum. Da hinten liegt einer, da habe ich das jetzt her. Da liegt er noch nicht lang, eine Tanne. Und, ja, dann kann man sich da eben noch mehr, das ist viel zu wenig, das ist nur zu Demonstrationszwecken, entsprechend ein bisschen reißig holen. Wenn man zum Beispiel ein gutes Schweizer Taschenmesser, was ich sowieso bei jedem Waldbesuch empfehlen würde, zum Beispiel so eins hier, mit eben dieser super praktischen Säge, kann man wirklich in jedem Täschlein, in jedem Hosentäschlein dabei haben. Und das ist so nützlich. Und da hat man Rucki-Zucki, sich Äste dieser Größe, so viele man haben möchte, zusammengesägt. Wenn man keine faule Sau ist, wie ich. Und man kann da wirklich sich prima eine Sitzgelegenheit mit bauen. Theoretisch kann man sich auf dem Wege auch eine prima Schlafgelegenheit bauen. Also man muss das wirklich locker, 50, 60 Zentimeter aufhäufen, wenn man da drauf liegen möchte. Aber das Gute ist, darunter haben wir ja noch gestapften Schnee, plus jetzt eben diese Unterlage. Und das sorgt insgesamt für eine erstaunlich gute Bodenisolierung. Also ich bin da zumindest schon viele Stunden drauf gesessen auf sowas. Und kann sagen, man kriegt überhaupt keinen kalten Hintern. Das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, wenn man halt eben fleißig genug ist und das auch dick genug da auslegt. Und wenn man lustig ist, kann man natürlich auch die komplette Kuhle, die man hier angelegt hat, die ja noch größer sein könnte als eben meine, die kann man auch komplett mit dem Zeug da auslegen. Und wenn man dann rumstapft, dann stapft man halt gar nicht mehr durch den Schnee, sondern stapft wirklich nur noch trockenen Fußes in Anführungszeichen herum. Und das ist je nachdem, wie wasserdicht oder eben nicht wasserdicht die Schuhe, die man hat, sind, ist das schon ein großes Thema. Erfrorene Zehen. Ja, Reinhold Messner kann ein Lied von singen. Ich glaube, der hat bloß noch sieben oder sowas. Oder waren es sechs? Ich weiß es nicht. Jedenfalls längst nicht mehr alle. Ja, also das wäre auf jeden Fall der erste kleine Schritt zur Verbesserung der Grundsituation, in der man sich befindet, einfach mal reißig auf den Boden klatschen, damit man sich hin und wieder auch mal hinhocken kann. Findet man keinen umgefallenen Baum, funktioniert das natürlich auch vom lebenden Baum. Ist ja klar. In einer Notsituation. Ansonsten macht man das selbstverständlich nicht. Also, Otto-Normalverbraucher kann jetzt zumindest mal notfalls sich mal hinhocken. und das weitere Prozedere ist jetzt folgendermaßen, nämlich rumlaufen in der ausgehöhlten Bereich, in der kleinen Arena, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, unser Plateau. Egal, da rumlaufen bis einem warmes. So. Dann wird man wahrscheinlich irgendwann müde vom vielen rumlaufen. Dann hinhocken, Schrägstrich hinlegen, je nachdem, wie warm man angezogen ist, je nachdem, wie viel Isolationsmaterial man auf den Boden gelegt hat, je mehr, desto besser ist klar. Ja. Ausruhen bis einem kalt wird. Wichtig. Nicht warten, bis einem richtig kalt ist, sondern nur so lange, bis einem ein bisschen kalt wird. Das wird in vielen Fällen nicht viel länger als eine halbe Stunde sein. Realistisch betrachtet. Wenn man wirklich ganz warm angezogen ist, so dass es gerade so nicht reicht, ohnehin ohne Bewegung trotzdem kuschelig zu haben. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dürfte bei den allermeisten aber nicht der Fall sein, dann hat man vielleicht eine Stunde oder irgendwie sowas und den Dreh. Aber spätestens dann muss man immer mal wieder aufstehen, immer mal wieder rumlaufen, bis einem wieder so weit warm ist. Das kann durchaus dann nochmal eine Stunde dauern, je nachdem, wie lang man verpennt hat, nochmal aufzustehen. Und gerade die Füße sind in vielen Fällen ein Thema. Hat man nicht irgendwelche super, super warmen Winterstiefel, werden die Füße das Hauptthema sein und das Hauptproblem. Aber wenn man nichts weiter hinbekommt als diese paar simplen Maßnahmen, diese zwei im Wesentlichen, dann kann man damit schon irgendwie die Nacht überstehen. Stunde ausruhen, halbe Stunde ausruhen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde rumlaufen, halbe Stunde ausruhen. Wieder rumlaufen, bis einem wieder wirklich gut warm ist. Nicht nur so einigermaßen erträglich, sondern so richtig gut, kurz bevor man anfängt zu schwitzen, im Idealfall. Schwitzen auf jeden Fall vermeiden. Wer Survival-Martin kennt, der sagt doch immer, wer schwitzt, stirbt. Der Spruch hat tatsächlich was aus dem Arktis überlegen zu tun, nämlich, wenn du da eben tatsächlich dich so sehr bewegst, dass du in deiner warmen Kleidung anfängst zu schwitzen, dann machst du was falsch, weil den Schweiß, der kann sogar gefrieren, wenn es dumm läuft, weil du dann so schnell auskühlst, sobald du aufhörst, dich zu bewegen und dann kriegst du dann so schnell nicht mehr raus aus den Klamotten und da kriegst du auch nicht mehr trocken rein mit Körperwärme und dann könntest du wirklich ein Problem kriegen und daher ist an diesem der Schwitz stirbt sogar ein bisschen was dran, diesem Spruch, ne, in der gewissen Bedingung. Ja, und auch hier würde das dann gelten, dass man dann möglichst versuchen würde, eben nicht zu schwitzen, weil dann hat man ein Problem. Und das macht man die ganze Nacht durch, wirklich stur, aufpassen, grundsätzlich, sobald man spätestens, wenn man anfängt, wirklich zu zittern oder es einem richtig, richtig kalt ist oder wenn man nachdem einem richtig kalt war, das Gefühl bekommt, es einem langsam wieder warm wird, spätestens das ist das allerletzte Wahnsinn, genau, das man auf keinen Fall ignorieren darf, wenn man dann überhaupt noch in der Lage dazu ist, vom Kopf her. Halluzinationen sind eine häufige Begleiterscheinung des Erfrierens, daher auf keinen Fall zu lange warten, wirklich spätestens, nach einem Stündchen, selbst wenn man super warm angezogen ist, eine Runde rumlaufen, bewegen, Körpertemperatur hochbringen und dann erst wieder hinhocken. Und irgendwann ist die Nacht rum, das kriegt jeder hin, jeder halbwegs gesunde Mensch schafft es auf diesem Wege, die Nacht zu überleben, kann dann am nächsten Morgen sehen, wo es lang geht, hat hoffentlich auch sogar ein kleines bisschen Kraft regenerieren können, um wieder genügend Kräfte zu haben, um weiter zu kommen oder zumindest, um sich jetzt orientieren zu können, deutlich besser oder sicher im Wald rumzulaufen, ohne gegen den Baum zu rennen. Es hängt natürlich immer davon ab, wie dunkel ist die Nacht eigentlich. Bei einer Stehdecke wird sie ja nicht so dunkel und wenn man sagt, ach komm, das ist noch super hell, kann ich weiterlaufen, ja dann ist auch wunderbar, dann braucht man das alles nicht. Aber wenn man gezwungen ist, die Nacht stationär zu verbringen, dann eben besagte Methode. So, das sind eben die zwei Maßnahmen für jedermann. Notfalls reißt ihr die Zweige ab, notfalls reißt ganz kleine Zweige ab, davon dann halt immer viel, 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 viel mehr logischerweise, aber das geht. Man braucht da kein Werkzeug, Handschuhe hat man im Winter hoffentlich sowieso dabei, dann ist auch das Verletzungsrisiko relativ gering und dann funktioniert das schon. Wer jetzt hingegen noch ein zusätzliches Utensil dabei hat, wie zum Beispiel ein Feuerzeug, der ist natürlich fein raus und kann versuchen, sich zumindest für einen Teil der Nacht ein Feuerchen zu machen. Solange man jetzt noch schön was sieht, erzähle ich noch ein bisschen die Theorie dazu und wenn es dann langsam wirklich duschter wird, versuchen wir es mal. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich es hinkriege, das ist bei Schneedecke wirklich nicht ganz einfach, zumal, wenn man keine Vorbereitung hat. Man hat wirklich bloß bestenfalls ein Feuerzeug, ein Streichholz, meinetwegen auch ein Mini-Feuerstil im Taschenmesser integriert, zum Beispiel, sowas hätte ich jetzt auch noch dabei, aber kann ich euch kurz zeigen, nur spaßeshalber. Also so ein universelles Survival-Taschenmesser kann statt mit einem Zahnstocher nämlich auch mit einem kleinen Feuerstil ausgestattet werden und nur kurz zu Demonstrationszwecken, dass das auch wirklich einer ist. Also ich will hier jetzt gar nicht groß super rumfunken, aber es geht, es geht und man kann damit tatsächlich auch ein Feuer anzünden, habe ich auch schon hingekriegt, muss man ein bisschen üben, ein bisschen trainieren, die heißen glaube ich Firefly, ja ich glaube so heißen sie, sind schwer zu kriegen in Deutschland, aber man kann sie ergoogeln und notfalls im Ausland bestellen, also geht schon. Ja, also wir wollen jetzt tatsächlich versuchen, noch ein Feuer anzukriegen und trauen uns das zu und haben die Ressourcen, sprich irgendwas zum Zünden, dabei und jetzt brauchen wir logischerweise noch Holz. Was wir nicht haben, ist ein Zunder, daher würde ich empfehlen, will man sich wirklich auf einen Feuerstil verlassen und hat nicht per se sowieso zufällig immer ein Feuerzeug dabei, dann sollte man auch einen kleinen Notzunder dabei haben oder mit sich schleppen, weil hier jetzt im verschneiten Wald ein Zunder finden, den man mit einem Feuerstil anzünden kann, ohne ein brachiales, machetenartiges Messer dabei zu haben, um einen Baum zu fällen und ans Kernholz zu kommen und sich da draußen Featherstick zu schnitzen, das kann man alles machen. Aber das ist so wahnsinnig viel umständlicher als ein Feuerzeug. Werden wir gleich sehen, das geht erheblich einfacher. Gut, jedenfalls Feuerzeug im Winter bei niedrigen Temperaturen, körpernah in der Hosentasche aufbewahren, auch nochmal wichtig, das Gas ist spätestens ab 4 Grad Feuerzeugtemperatur nur noch begrenzt zündfähig und brennt dann auch die Flamme nicht sehr lange. Daher wirklich körpernah in der innersten Tasche, die man so zur Verfügung hat. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Manteltasche hat, eine Jackentasche und dann nochmal eine Hemdtasche, dann nimmt man die Hemdtasche. So in die Richtung. Ja, und jetzt eben die große Frage, wo findet man denn in so einem Wald jetzt bitte schön Feuerholz? Es gibt mehrere Komponenten von Feuerholz, die man da braucht und ohne Werkzeug. Oder nur mit einem kleinen Taschenmesser. Und auch bei begrenzt Zeit, weil es ist schon dunkel geworden oder es ist jetzt Dämmerung und wir bemerken, wir kommen nicht rechtzeitig aus dem Wald raus. Wir haben unsere Kuhle zusammengetrampelt, wir haben unser Polster angelegt. Und während ich jetzt immer noch am Labern bin, wird es ja auch langsam dunkel. Und jetzt sollten wir spätestens im letzten Licht, so schnell wie möglich, aber doch konzentriert und unfallvermeidend selbstverständlich versuchen, noch ein bisschen Holz zu besorgen, damit wir dann auch was haben, was wir anzünden können. Wenn man das sehr, sehr rechtzeitig macht, hat man vielleicht sogar genug Zeit, sich eine große Menge Holz zu besorgen, so dass man auch lange was von seinem Feuer hat. Notfalls müsste man dann nachts im Laufe der Dunkelheit, wenn die Dunkelheit gar nicht so schlimm ist. Wie gesagt, das wissen wir nicht, das klingt jetzt davon ab. Dann kann man da vielleicht nochmal ein bisschen Holz nachholen. Vielleicht. Wenn nicht, hat man halt eben nur einen Teil der Nacht, ein Feuerle, kann diesen Teil der Nacht dann recht gut zubringen, recht warm zubringen, ohne groß aufstehen und rumlaufen zu müssen. Machen wir uns auch nichts vor. Ein Feuer heißt jetzt nicht, dass du dich dann alternativ deswegen gleich gemütlich hinlegst und dann durchpennst. Man müsste, wenn man wirklich mit der Wärme des Feuers eine warme Nacht verbringen möchte und das im Winter, da braucht man vorher sehr viel Zeit und muss vorher noch gewisse Baumaßnahmen vornehmen. Nämlich braucht man dann, also nehmen wir mal an, hier wäre jetzt diese Ebene. Und ich liege hier jetzt wie dieses Taschenmesser. Ich liege jetzt hier so auf dieser Ebene drauf. Das sieht man jetzt nicht genau. Und das bin ich. Ich liege hier so und ich bräuchte hier jetzt noch ein Dach beziehungsweise einen Hitzereflektor, also mindestens eine Wand, die ich mir hier aus Baumstämmen, Asten, Ästen oder sonst wie aufschichte. Theoretisch könnte ich auch eine Schneewand bauen, aber die schmilzt dann irgendwann und tropft auf mich runter. Ist dann also nicht so lustig. Also als Notbehelf, besser als nichts. Und hält eine Weile. Aber wenn es irgendwie geht, nimmt man da Äste oder ähnliches Material. Und die dient dann als Hitzereflektor. Hier ist das Feuer. Das Feuer heizt über mich drüber. Auf der Seite hier, wo das Feuer ist, bin ich auch einigermaßen warm. Aber Rücken kriege ich kalt. Oder Brust, je nachdem, wie rum ich zum Feuer liege. Und drum muss hier ein Hitzereflektor hin, an dem die Hitze quasi dagegen knallt und der die Hitze wieder zurück auf mich runter projiziert. Und wie gesagt, sowas kann man bauen, wird man aber in einer Notsituation, wo man wirklich merkt, jetzt kriege ich langsam Probleme, jetzt wird es langsam kalt und ich komme hier nicht mehr rechtzeitig aus dem Wald raus, da hat man die Zeit nicht. Wenn man mit dem Flugzeug in Alaska abstürzt, morgens um kurz nach sieben, dann hat man schon die Zeit bis zur Nacht, sich ein vernünftiges Lager zu bauen mit Wärmereflektor, mit riesiger Brennholzmenge etc. und so weiter. Ja, aber für so eine, wir haben uns verlaufen, wir haben unsere Kräfte falsch eingeschätzt, Notüberbrückung der Nacht sozusagen, da kann man froh sein, wenn man überhaupt ein Feuer in Gang kriegt. Und deswegen würde ich es dabei auch bewenden lassen und alle weiteren Survival-Techniken, ja, die sind für langfristigere Sachen gedacht. Gut, wir gehen mal Brennholz suchen. Also ich hole schon wirklich welches, aber ich zeige euch jetzt nur mal kurz theoretisch, damit ich nicht ganz so viel filmen muss, wo finden wir denn jetzt hier Brennholz. Stufe 1 wäre zum Beispiel so ein Baum hier, der ist eigentlich ziemlich toll, weil der hat hier dieses runterhängende Reisig, das kann man da so einigermaßen sehen, das war mal mehr, ich habe da schon ein bisschen was geholt und sowas ist ideal, ja, weil es ist fast unsichtbar, so dünn ist es und genau sowas wollen wir haben, ja. Also wir brauchen super, super dünnes Reisig-Material, ganz feines, trockenes Zeug und trockenes Zeug finden wir niemals auf dem Schnee und auch nicht unterm Schnee, ja, also das, was hier jetzt direkt auf dem Schnee liegt, wenn das gerade vor kurzem runtergefallen ist, dann kann man das eventuell vielleicht noch verwenden, es ist vor kurzem runtergefallen, weil ich habe mir da gerade eben schon ein bisschen Holz geholt, aber normalerweise wäre es das nicht und dann wird man es liegen lassen und dann kommt wirklich nur in Frage das, was man in einer gewissen Höhe noch am Baum hängend finden kann und wichtig, es sollte auch nach Möglichkeit kein Zweig sein, auf dem viel Schnee liegt, weil dann ist er auch recht gut angefeuchtet und so schnell brennt der nicht, das kann man dann nehmen, wenn man ein großes Feuer schon hat, dann muss man irgendwann auch Holz, das eine gewisse Schneekomponente dranhängen hat, verheizen, da führt kein Weg dran vorbei, aber hiervon, da sammeln wir jetzt erstmal einen ganzen Haufen, je nachdem wie lange wir mit unserem Feuer aushalten wollen, also ich in meinem Fall eine Viertelstunde, aber wenn es jetzt ganz, ganz lange gehen sollte, würde ich hier auf jeden Fall alles mitnehmen, was zu kriegen ist und nochmal viermal so viel locker, ja, für wirklich die ganze Nacht, wenn ich die Zeit habe, wenn ich die Zeit nicht habe, nehme ich so viel, wie ich Zeit habe, so und von mir aus gesehen hier hang aufwärts, das Bild wird schlechter, aber wir zoomen da mal ran, da könnt ihr sehen, das ist das, was wir haben wollen, das ist Fichtenstangenholz, ja, also man kann durch den Wald unten durchgucken und die jungen Bäumchen sind noch nicht sehr dick und sehen aus wie so einzelne Stangen und das ist idealerweise genau die Waldphase in einem Fichten beziehungsweise Nadelwald, das darf auch ein Fichtentannenmischbestand sein, der sieht so ähnlich aus, das spielt jetzt keine Rolle, kann auch ein reiner Tannenbestand sein, den werdet ihr sowieso nur im Schwarzwald finden, aber egal, jedenfalls ein Nadelwald mit Fichtetanne, Douglasie, seltener mit Giefer, dann sieht das irgendwann in irgendeiner Wald, also was heißt in irgendeiner, in der Stangenholzphase so aus und da sehen wir überall an den Bäumchen hängen eben die abgestorbenen Zweige noch dran, so und die können wir uns jetzt bequem waldschonend absägen, wenn wir den Wald schonen wollen und wenn wir das nicht wollen, weil wir halt eben in Not sind, dann können wir die auch abbrechen und kommen auf diesem Wege an ziemlich trockenes Feuerholz. Macht euch klar, solche Hänge hier, das ist nicht gerade einfach da rumzustapfen und ich werde da jetzt trotzdem mal hochdappeln einfach zu Demonstrationszwecken und dann noch ein paar Häste mitnehmen, damit wir einfach ein kleines kleines Feuer mal unterhalten können und die dürfte mich dabei bewundern, in Anführungszeichen. So, also bis gleich, ich bringe was mit. 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 I recommend нам Alice oder ich bringe parler Ich bringe was mit. so ich hoffe man hat mich ein bisschen gesehen das ist die beute mehr brauche ich jetzt nicht normalerweise bräuchte man natürlich mehr noch ein wort zum forstschutz man darf eigentlich nicht bei forstpflanzen irgendwas abbrechen aber es stellt in dem fall wenn man die schön weit weg vom stamm abbricht nicht wirklichen schaden da also das macht dem baum nix die sind abgestorben das ist wirtschaftlicher zu schaden für den wald das holz vermisst hinterher keiner eigentlich nicht praktisch ist es im grunde wurst zu trainingszwecken bin ich der meinung kann man da schon mal ein paar mal machen im leben jeden tag sein feuerchen auf diese weise an machen und davon abgesehen ist feuer machen im wald ja sowieso verboten aktuell ist es möglich den wald anzuzünden verboten ist es trotzdem nur dass was gesagt haben also all solche survival aktivitäten in anführungszeichen ja ohne eine echte notsituation der bin ich nicht das ist alles hochgradig bestenfalls eine grauzone im meisten fällen schlicht und ergreifende ordnungswidrigkeit ich habe in dem fall dankenswerterweise connection stil zum wald obermufti und darf das aber ich soll es auch nicht übertreiben und werde ich auch nicht und darum ich nehme so viel wie ich jetzt zu demonstrationszwecken brauche und vielleicht hat man es ein bisschen gesehen ich habe an einigen ästen gewackelt die ich dann gar nicht mitgenommen habe die waren noch zu elastisch man findet auch manchmal noch ein paar grüne nadeln am holz dann kannst du es auch gleich hängen lassen das brauchst du nicht mitzunehmen du willst das zeug haben wo wirklich keine grünen nadeln mehr dran sind und das trocknet von außen nach innen ab sozusagen also wenn der ast sich nah am stamm nicht lösen lässt weil er noch zu elastisch ist dann nimmst du halt nur die spitze davon mit die ist meistens schon trocken und bricht damit zum schönen saftigen knack ab ja und dann beim hier runter kraxeln jetzt auf der seite ist auch immer auch anzumerken ihr seht das ist ein bisschen mühsam ja und ich habe jetzt davon auch eine ordentlich nasse hose gekriegt das ist der preis den man quasi zahlen muss wenn man dann bei schnee abseits der wege jetzt der meinung ist noch irgendwelche ressourcen sammeln zu müssen vorteil man kann sich ein feuer machen zum preis dass man dann eine nasse hose hat die man mit dem besagten feuer auch wahrscheinlich erstmal trocknen muss das hängt immer davon ab was für lamotten habe ich an wie schneestabil bin ich gerade von der kleidung her wie schlimm wäre es wenn ich nasse hosenbeine kriege zum beispiel habe ich eine dicke baumwollhose an wenn die nass ist die nass ohne feuer kriegt man die nicht mehr trocken bis man zurück in den beheizten räumlichkeiten ist das heißt auch für mich gilt jetzt ab jetzt ist mir untenrum kühl untenrum sprich ungefähr bis zum knie sonst ist mir super war ich bin echt bolle warm angezogen ja dieser lodenmantel der ist krass und noch mal kurz jetzt zum abbrechen von den zweigen wenn man die abbricht dann immer schön weit weg vom stamm damit man nicht irgendwie noch ein stück rinde mit wegreißt wenn man den stamm dann da ums verrecken unbedingt noch wegreißen möchte und dann hinterlässt man auch ein loch beziehungsweise eine stammnahe verletzung und durch die können keime ins bauminnere eindringen und das wäre dann wiederum wirklich ein schaden für den wald für mein zweck langs jetzt diese ich sag mal bleistift dicken bis kleiner finger dicken hölzer zu haben wir wollen würden natürlich gerne wollen für ein langer länger brennendes feuer auch noch noch ein bisschen dickeres holz das wäre schön viel dicker wird man nicht bekommen können ohne großartig mit werkzeug anzufangen und da jetzt anzufangen zu sägen und so weiter und dafür hat man schlicht und ergreifend wieder die zeit nicht drum wenn man so welche hier kriegen können und die mit geringem energie und zeitaufwand sammeln können dann kriegt man auch ein feuer das die ganze nacht brennt zur not nur mit solchen vergleichsweise kleinen dünnen zeug hin halt viel davon aber das kriegst du ohne werkzeug und mit vergleichbar geringem energieaufwand daher würde ich das empfehlen okay und dann versuchen wir doch jetzt mal ob wir tatsächlich in der lage sind ein bisschen ein feuerchen anzubekommen kann ich nicht garantieren es hat bei schnee auch schon mal nicht geklappt das ist nämlich eben der knackpunkt ja theorie ja klar mach doch ein feuer praxis manchmal funktioniert es ums verrecken nicht ja auch wenn man schon häufig gemacht hat und eine gewisse erfahrung mitbringt aber gucken wir mal so jetzt ist hier ja meine kuhle na die ist halt ein bisschen klein ich weiß aber wenn wir ein feuerle machen auf schnee dann kriegen wir ganz schnell das problem dass der unter unserem feuer schmelzende schnee unser feuer wieder löscht jetzt gibt es zwei möglichkeiten entweder man legt ganz viele balken stöcke äste zweige auf den schnee und baut sich quasi ein podest ein potenziell brennbares auf dem man dann sein feuerchen macht das reicht für ein kochfeuer das reicht nicht super lange für ein wärmefeuer will man ein super lang haltendes wärmefeuer haben dann bleibt einem nur buddeln ja das heißt wir müssen wirklich hier eine kuhle das gibt ein nasses knie naja dann gibt es halt ein nasses knie hier eine kuhle kriegen dass wir wirklich runter bis auf den boden kommen so und jetzt habe ich keine krallen und kann hier das verstopft ja schon von mir selbst verdichtete material nicht mehr wirklich bearbeiten gibt es verschiedene möglichkeiten grabestock oder wenn schnell gehen soll wir haben ja hoffentlich stiefel an mit einer gewissen stabilen spitze und können dann mit denen recht gut und hier nach unten arbeiten ich mache das jetzt gerade auf kamera müsst ihr mir nicht ewig zugucken gewisse fläche braucht man schon je größer desto besser klar klar gut also bis gleich ich gehe dahingehend ein bisschen dass ich hier halt jetzt noch eine isomatte habe wo ich mich hin hocken kann die hätte ich jetzt natürlich nicht wenn es hier wirklich um die wurst ginge und meine hose ist unten schon gefroren das wenigstens das ist dann echt ja übrigens warum mache ich das nicht als echte survival übernachtung nach schlicht und ergreifend ich habe es zurzeit mit der lunge ich habe es oft mit der lunge und ja da will ich einfach nicht riskieren dass ich krank werde also noch kränker das wäre was für den spätwinter da könnte ich das dann meistens machen bis dahin habe ich mich dann an die kälte gewöhnt und akklimatisiert guck mal das ist auch eine schöne möglichkeit hier noch ein bisschen das ganze weg zu kratzen macht man so gut man kann ist der schnee sehr tief ist das natürlich verhältnismäßig viel schwieriger als bei recht niedriger schneedecke so jetzt wollen wir unser reisig haben und das ist nicht ganz trocken also man findet fast nie wirklich trockenes material solange schnee liegt das ist nahezu ausgeschlossen und wir wollen viel reisig haben und erst mal nur reisig lasst von dem dickeren zeug erstmal die pfoten legt euch woanders parat legt wenn möglich nicht auf den schnee sondern ja wenn es möglich ist ist in vielen fällen nicht möglich das ist alles so so wäre schön wenn man es nicht auf den schnee legen müsste aber vielleicht kann man es auf seinen polster legen auf seinen sitzpolster wenn man ein großes sitzpolster zu diesem zeit schon ich will mir jetzt ja auch nichts kochen ich will einfach nur zeigen dass es möglich ist also hoffe ich so jetzt das ist feuerzeug nicht das habe ich jetzt in der hosentasche recht weit weg da wo es warm ist und im grunde lässt sich so ein reisig haufen wirklich relativ einfach entzünden im sommer gar kein problem jetzt im winter braucht es ein bisschen länger aber ich bin hoch und gucken wir mal ja seht ihr hat schon nicht ganz gereicht jetzt habe ich mir fast die pfote verbrannt darum musste ich hier weg ja eben es ist halt nicht nicht trivial und schon gar nicht einfach zünden da wäre was schönes dass der autoschlüssel das ist kein volles zeug ich kann nachher mal gucken vielleicht habe ich noch ein paar taschentücher die hätte ich noch ja guckt mal gebrauchtes taschentuch versuchen wir doch spaßes halber einfach mal mit dem gebrauchten taschentuch das legt man sinnvollerweise auch nicht direkt in den schnee taschentücher brennen ja auch gar nicht mal so gut denkt man immer wunder was wie toll die brennen tun sie gar nicht so jetzt könnte man mir theoretisch ganz lange dabei zugucken wie ich da versuche ein feuerchen in gang zu kriegen methodisch ist das eigentlich schon alles richtig das funktioniert im sommer auch da reicht es eigentlich wirklich das feuerzeug in sowas rein zu halten so ein stückchen haufen brennt normalerweise relativ schnell aber ich habe es euch eben ja schon eingeblendet als text da muss jetzt erst mal das eis schmelzen dabei geht ein haufen energie verloren beim aggregatzustandswechsel vom wasser danach muss das wasser im idealfall zumindest ein großer teil davon auch noch verdampfen das holz also trocknen und dabei geht wieder ein haufen energie beim aggregatzustand wechsel des wassers verloren und diese energie die dann notwendig wäre um dann noch das holz auf eben circa 160 grad minimum anzuheizen bis das anfängt zu zünden die fehlt mir einfach ja und ich versuche es dann hin und wieder mal mit taschentuch was ich hätte machen sollen jetzt rückwirkend ja aber das ist einem dann auch nicht klar und zunder zu sparen ist grundsätzlich auch keine schlechte idee dass man also nach und nach ein taschentuch nimmt und nicht jetzt gleich fünf auf einmal reinschmeißt weil ich hatte ungefähr weiß ich nicht fünf oder sechs aber rückwirkend hätte ich tatsächlich wir sehen jetzt gleich einen versuch wo es dann fast geklappt hätte leider nur fast ja wo ich ja die erkenntnis bekommen habe hätte ich jetzt nach und nach also wirklich fünf streich äh taschentücher auf einmal hingelegt hätte ich lang genug was brennen gehabt um wahrscheinlich die erforderliche dauer an flamme zu erbringen bis das holz eben so weit getrocknet ist dass das holz anfängt zu zu brennen ja und spätestens an dem punkt wo das holz dann mal anfängt ein bisschen zu brennen da hat man es dann eigentlich im regelfall also ich habe wirklich schon ganz viele feuer gemacht und es ist in den letzten fünf jahren zweimal vorgekommen dass ich mir vorgenommen habe ein feuer zu machen das hat nicht geklappt das ist der eine fall und der andere fall war ebenfalls bei schnee da hatte ich auch zu wenig zunder zur verfügung mit zunder ist das erheblich einfacher aber dazu gleich noch mehr die sch Show sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ne, das Holz ist einfach zu nass Also auch das trockene Zeug vom Baum Das vergleichsweise trockene Zeug vom Baum Das reicht einfach nicht Ohne einen gescheiten Zunder Also irgendwas, was nach dem Anzünden lange brennt Habe ich heute unter den Bedingungen, die hier herrschen Wirklich keine Chancen, Feuer anzukriegen Also trotz Feuerzeug Das funktioniert nicht Ich kann es nochmal Mit dem Feuerzeug versuchen Dass ich hier nochmal Uuuuh Ja, erfreulicherweise Habe ich hier noch eine traurige Funzel Seht ihr die überhaupt? Die sieht man kaum Ich mache es immer auf etwas weniger traurig Schon besser So Und damit trete ich dann mal die Rückreise an Ja Ja, also Das hat nicht funktioniert Ja Das ist die Realität Man kriegt nicht immer ein Feuer an Das kann mal passieren Das Holz Selbst das Im Grunde Wirklich super trockene Frisch vom Baum Das ist das trockenste Was man hier finden kann Garantiert Es gibt nichts trockeneres Selbst die ganz dünnen Zweige Die brennen nicht Ja Das Einzige Was jetzt theoretisch Noch trockeneres Holz Potenziell Das klappt auch nicht zwingend Aber potenziell noch trockeneres Holz wäre Oh, ein Graben Das wäre dann Tatsächlich noch Kernholz Von dicken Abgestorbenen Stämmen Die aber auch nicht rumstehen Ja Und wenn die unter der Schneedecke liegen Dann kannst du es auch sein lassen Und ans Kernholz kommst du nur dran Wenn du Zeit Und ein Werkzeug hast Um dieses dann zu spalten Ja Also das Kernholz Also den ganzen Stamm quasi Also da muss auch was Dickes sein Sonst ist innen drin Nicht eben das Holz weit genug weg Von den Elementen Aber bei Schneedecke Ist das wirklich schwierig Ja und jetzt kommt ja noch erschwerend dazu Das hier ist keine Uralte Schneedecke Und es hat seit Tagen nicht geschneit Sondern gestern Ist noch ein bisschen was runtergekommen Nicht viel Aber zum Nass machen hat es gereicht Dazu Zumindest tagsüber Tauwetter Und wenn dann irgendwo was Schneiges Noch am Ast hing Dann ist das auch wieder geschmolzen Und was ist es dann Ja logischerweise Wasser Also Ich Will mich hier gar nicht rausreden Ich habe es nicht geschafft Ja Ich müsste jetzt Ich habe jetzt auch wirklich Keine Möglichkeit Auch im Rucksack nicht Äh Um hier jetzt noch Ohne jetzt die nächste Birke zu finden Oder Eine Fichte zu finden Die Äh Wäre es ja so gewesen Dass ich Quasi kurz vor Sonnenuntergang realisiere Dass das so nicht mehr klappt Ja Das ist ja nicht so Dass ich da noch stundenlang Zeit habe Um dann in Ruhe Noch den halben Wald abzusuchen Ob ich nicht Vielleicht doch noch Ein bisschen zunder finde Ja So Also Ja ich müsste jetzt Also genau das machen Was ich eben geschrieben habe Nämlich Äh Stunde hinhocken Bestenfalls Jetzt bin ich schon Sehr warm angezogen Also könnte es mit einer Stunde Vielleicht sogar hinhauen Und Ausruhen Dann wieder laufen Bis mir warm wird Das ist gerade auch aktuell der Fall Und Dann wieder Ausruhen Und das So lange Ja Bis Die Nacht rum ist Und Jetzt gehen wir mal davon aus Dass ich keine Taschenlampe besitze Ne Ich bequem Äh Den Weg zurück finden kann Oder ich wieder die Kraft habe Um den Weg zurück Überhaupt anzutreten Ja Das ist nochmal das nächste Ding Aber für uns Ist an dieser Stelle hier Schluss Ich genieße noch ein wenig Den im Scheinwerferlicht Glitzernden Schnee Sorry wegen der Wackelkamera Jetzt auf den letzten Metern Das ist bei dem Untergrund Und wirklich nicht besser möglich Und Macht's gut Und ich hoffe Wir haben trotzdem ein bisschen was gelernt Ich werde irgendwann Demnächst Feuer auf Schnee Noch nachholen Also mit Zunder Dann mal zeigen Dass das sehr wohl auch funktioniert Äh Und dass ich das schon machen kann Nur dass es halt heute ohne einen gescheiten Zunder Und Taschentücher sind wirklich nur Notbehelf Und nicht toll Äh Da gibt es Birkenrinde und Harz Also Naturzunder Sind da schon viel 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 besser Als ein olles Taschentuch Aber ja Äh In diesem Sinne Macht's gut Bis zum nächsten Mal Beziehungsweise bis morgen Und Ja Das war's Das war's Und Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ich bin Vielen Dank.